Oben bedankt er sich bei der Frau, gibt ihr Feuerzeug und Scherpe und will sich gerade ein Pfeifchen anzünden, als er merkt, dass seine Zündholzer feucht geworden sind. Gib mir zum Abschied Feuer mit einem Feuerzeug, sagt der Soldat zu der Frau. Doch im selben Augenblick ruft sie Galle, 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 wedelt die Scherpe und verwandelt sich in eine hässliche Hexe. Jetzt ist Schluss, du vergammelst da, du verschimmeltes Forsch-Exkrement, du verfettete Kräute, du natter Gesicht, du verpasst mir das Experiment. Du hast was an geglaubt, ich sei immer dein Freund, doch im Stillen hab ich nur gelacht. Es gibt niemanden, der eine Hexe kennt, nicht bei Tag und auch nicht bei Nacht.